Herzlich willkommen zur 278. Folge von Let's Play Minicraft Staffel Nr. 6 mit der lieben Anni wieder. Hallo. Und mit mir der Cedric Essos und bin gerade dabei ja die Schäferei-Weberei zu bauen und ich stehe gerade vor Schwierigkeiten bei der Gebälksetzung im Obersten Schoss. So wie ein paar Fachausdrücke an ihm. Wir sind. Neu. Geht bei Kata wieder los. Mö. Mö. Hüttel. So. Das ist ja so langweilig. Ach, das ist ja so langweilig. Das ist ja so langweilig. Enrico lauf. Was, Enrico lauf? Ja. Was macht er denn? Der war gerade vor mir. Der ist doch beim Thorn. Ach so? Ja, am Hafen. Da baut er irgendwas, ne? Ja. Na. 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 Oh. Oh. Weil Zuschauer, wenn er. So schlimm, Leute. Wenn er. Das ist ja. Na. Na. Oh. Na. 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 Luft. Du hast es sogar live verkündet? Find ich gut. So Cedric. Deine Lieferung? Ja. Gäste-Apartner-Maus. Oho, da feine her. Oh. So. Was ist denn da in Rohholz? Okay. Keine Kontoren. Zum Glück habe ich das Konto noch nicht eingerichtet am Spawn. So, ich packe dir dein Fichtenholz gleich hier ins Lager, ne? Ja. Sehr gut. Ist abgeliefert. Zack. Oh. Danke schön. Bitte schön. Nein. Wieso nachher? Ich bin doch hier. Nein, habe ich gesagt. Habe ich verbaut. Zack, zack, zack. Ich bin nämlich gerade hier oben bei der Weberei, ja? Ach, Anton. Alles so schlimm. Alles so schlimm. Wenn das nicht so alles so schlimm wäre, ne? Oh, ja. Ja. Das ist schon putzig, ne? Ach, der fängt schon morgens an mit deiner Unterhaltung. Der beobachtet dich im Schlaf und wenn du die Augen aufschläfst, dann sitzt da vor dir und fängt an zu erzählen an. Das ist ja immer recht lustig. Von wegen, steh endlich auf. Ich hab Ruhe. Ich hab Ruhe. Ich hab Ruhe. Ich hab Ruhe. hallo shop Zeitschriften Tabak und mehr da war gut der Berge und der Führung zum Pia Pilskuhin ne der Pia der Gitter nicht nur zu zum Pia 10 da muss man uns noch mal ein bisschen beraten das sind noch andere Handelsschiffe die läuft mir hinterher ich werde verfolgt Hilfe Hilfe ein Wahnsinniger Pferdestallung ok 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 so da kommt dann hier ein paar Blumenkästen drauf wenn ihr euch jetzt fragt ist es ein bisschen falsch geworden ne 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 so ok ok im chat habe ich geschrieben kann man so lassen mal was schnabulieren demnächst neue spawnhalle wenn man los enrico das schaut dann gut aus so jetzt gucken wir mal hier so haben keine keine treppen mehr muss man welche besorgen noch irgendwas treppenartiges außerdem da stöcke aber ich habe hier glas gesehen wo war glas 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 hier ist glas 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 ach hier sollte man doch ausgucken genau es war ein bisschen komisch gebaut dann aber hier passt das nämlich aber hier drüben nicht da muss ich das hier was so zu machen jetzt passt es was so muss man das so aus und so und so und so komisch oder das ist komisch 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 das version 1.10 texture pack des oz packs das kommt auch bald raus das ist in arbeit genau ist in vollen arbeitszügen richtung dropbox unterwegs und so Prozent kann man nur einen Weg in der Kiste beim Spawn anlegen weil es hat dann an deinem Weg um um am 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 was am Nordwender Hafen aus anschließt Prozent 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 der Haftwürste nicht entstanden mehr als Prozent was zu uns und dann wird was bauen wenn der Haftwürste entstanden ist und gleich nach der aber ich kann der Zeit gesehen der Aufnahme ja neun Minuten zwanzig nehme ich ungefähr auf ungefähr zehn Minuten geht die erste Nacht los uiuiui äh ja ich wollte Treppen machen eieiei er bringt mich ja durcheinander so also der Entrickung meint ich Mutterentrickung ich wollte gerade sagen wen bringe ich denn hier durcheinander so was denn schaut äh dunkel aus oder wie bist du denn da steht das Bett und es ist dunkel und kann ich schlafen ja ich kann schlafen ja 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 alles gut ja 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 auf den Schuss na komm na komm von der anderen Seite dann komm her ja musst du dich aber hinlegen doch nicht jetzt doch ja komm 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 her doch nicht da hat er Pech gehabt wer nicht spielt der hat schon genau naja Ich kann Fichtenholz mehr, ab so, hier oben. Hallo, der 12 Stacks da reingelegt, ne? Deine tolle Fichtenholzkiste. Abgesehen davon, ne, habe ich im Inventar gerade nichts mehr gehabt. Zumindest an Rohmaterial. Habe ich noch viel gehabt, aber dann ging es langsam zu Ende. Muss ich mal in meine Handverknüppelung gehen und dort neue Prater machen. So, das war einer zu hoch, aber das stört nicht, den ziehe ich dann rum. Ja, so kann man es auch machen. So, und das 5? Ja, ne, braun 5. Achso, geht noch einen weiter. Nein. So. So. Enge Gassen hier in Not werden. So. So. Da haben sich einige schon gefreut, den Enggassen hier. Die Anni auch. Das schaut nämlich richtig fein aus. Schön schick. So. Wechseln mal kurz die Baustelle. Genau. Und zwar gucken wir mal, wie wir das hier drüben gemacht haben. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken. Gott. Ich mich. Ich habe gedacht, das ist ein Pferd. Und dann war es ein Creeper. Oh. Oah. Manno. Oh. Ja. Oh. So. ich bin grad aus allen wolken gefallen herzinfarkt pur na gut dass ich gerade dings abgebaut habe hier so ist in der mitte natürlich nicht der hat das pferd getötet wer der creeper doch er lief nämlich ein pferd rum das hat er eben mal mit in die luft gespringt das ist nicht gut tot den creepern ok der creeper warnt ist jetzt auch hier bei uns im fenster angekommen der creeper warnt wir sind dem bösen creeper gott ich muss noch vertreiben tschüssikowski ouch so so und das hier noch birkenholz der hammer und hier kommt dieses noch mit rein zack 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 damit die wände ja schon mal hochgezogen und das alles wie haben wir das hier unten gestalten ouch mit lila und schwurz die können wir das ja hier oben haben wir noch irgendeine besondere farbe die jetzt nicht so der auch auf der Welt ja der normal gebrannte Ton auf jeden Fall ich glaube da braucht man ein bisschen mehr als nur den auch schon mal richtig viel mitnehmen da tun wir das noch gleich machen so zack 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 das könnten zwei wohnungen werden könnte man so machen dass das zwei verschiedene wohnungen werden hier wo jemand einziehen kann müsste man das ja so machen so ach hatte ich sogar schon vor siehst du mal zack zack das schaut auch nicht schlecht aus so zweite etage wird schon wieder dunkel möglich wieso möglich es wird dunkel so aber ich will noch nicht schlafen gehen darf ich nicht nur zehn minuten aufbleiben so die sind geblendet und zack zack Lives n haha so ha tja ziemlich zügig haha ja ja und mit diesen Worten verabschieden wir uns für uns diese Folge wir werden aufs trinken bis zur nächsten Folge tschüdelüdf tschüuuuu transit